Ja Moin und Willkommen zurück zu einem neuen Fortnite Video von mir und in diesem Video gucken wir uns ja den täglichen Gingsan Shop an. Ich bin mega gespannt, ob wir neue Sachen bekommen haben und deswegen würde ich einfach mal sagen, ohne Lack rumzuschnacken, schalten wir mal gleich direkt in den Shop. Wenn ihr jeden Morgen diesen Shop sehen möchtet, Leute, dann lasst doch gerne mal ein Abo dann und natürlich auch die Glocke aktivieren, denn mehr als 50% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, vergesst nicht meinen Creator Code einzugeben, Meta-8 und dann würde ich sagen, schalten wir mal direkt rein in das Video. Viel Spaß! Wir fangen heute mal mit einer ungewöhnlichen Lackierung an und zwar Chromatik für 300 V-Bucks. Ja, das Ding sieht ganz okay aus, also muss es jetzt nicht unbedingt sein. Ich feiere es jetzt nicht unbedingt, dieses Silberne oder dieses, keine Ahnung, ja, ich mag das nicht so. Das ist so auffällig mit dem Pink und sowas, sieht sehr gewöhnungsbedürftig aus und ich würde dafür ehrlich gesagt keine 300 V-Bucks ausgeben. Ist aber natürlich Geschmackssache, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr das natürlich heute in dem Shop gönnen. Dann machen wir auch direkt weiter mit der nächsten Lackierung, Einsatzmuster und hier würde ich, muss ich sagen, die würde ich sogar tatsächlich kaufen und die sieht richtig, richtig fresh aus. Ich finde diese goldenen Akzente einfach richtig nice und Epic Games hat eine richtig geile Lackierung gemacht, Teil des Einsatzleitungs-Set. Also wie gesagt, wenn ihr eine Lackierung haben wollt, könnt ihr definitiv hier zugreifen, die empfehle ich euch sogar. Dann haben wir einmal 3er Stern für 800 V-Bucks, für den dreifachen Schnetzelspaß. Hier seht ihr schon, also es sieht aus wie so ein Ninja-Stern, sieht auf jeden Fall richtig stabil aus. 800 V-Bucks für dieses Erntewerkzeug kann man machen, finde ich nicht schlecht. Das einzige, was mich hier stört, sind diese Bänder, diese roten und weißen Bänder, die machen das Ganze irgendwie so ein bisschen billig, habe ich das Gefühl. Eure Meinung gerne mal in die Kommentare natürlich, aber meiner Meinung nach sieht das dann ein bisschen billig aus. Ja, könnt ihr natürlich auch als Geschenk kaufen und euren Freunden schenken, aber wenn ihr das machen möchtet, vergesst nicht meinen Creator-Code einzugeben im Gegensatzjob, Meta-8 ist komplett kostenlos und ihr unterstützt mich da. Dann haben wir für 800 V-Bucks saxophonisch und ich würde sagen, ich spüre euch erstmal dieses Geräusch ab. Für saxophonisch finde ich es sehr cool, spiele einen coolen Groove mit deinem Lieblingsinstrument für 800 V-Bucks. Ist jetzt kein neues Emote, ist schon ein bisschen älter, ich glaube einer der ersten gefühlt, aber trotzdem sehr, sehr nice. Dann haben wir einen Skin, den ich selber sehr feiere, Einsatzleiterin für 1200 V-Bucks, auch jetzt mit dem neuen Stil und sie sieht einfach aus wie eine Sau, muss ich sagen. Wir haben hier zwei Stile, einmal mit Helm und einmal ohne Helm, sind beide sehr cool, ich würde sogar ohne Helm spielen, also Digga, wie gesagt, sie sieht aus wie eine Sau. Für 1200 V-Bucks, sehr cool und dann habt ihr noch so ein reaktives Rückenartessort, was auch sehr geil leuchtet, wenn ihr einen Kill macht. Ja, tatsächlich haben wir dann immer auch die Fußball-Sachen im Shop, Elite-Töppen für 500 V-Bucks, Vovuzela für 800 V-Bucks und Torgefahr für 500 V-Bucks. Dran Dribbel-Profi, Spielmacherin, tolle Torschütze für 1200 V-Bucks. Also da haben wir wirklich nichts Neues bekommen, ich weiß nicht, warum wir keine neuen Skins bekommen haben und wir diese Fußball-Skins immer noch behalten haben. Ich denke aber, dass wir heute Abend durch das Update so viele neue Skins in den Gamefights bekommen werden, dass Epic Games heute Abend direkt beim nächsten Shop richtig geile Skins hinzufügen wird. Natürlich haben wir hier nochmal Spitzenstürmer, Mittelfeldmeister und Kopfballerer, Agile Ausputzer und so weiter. Wie gesagt, die männlichen Varianten. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch irgendwas gekauft habt, wenn ja, was habt ihr euch gekauft? Ansonsten lasst ein Like, dann hatte ich auch ein Abo da, lasst nochmal in Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite. Gerne auch meinen Creator-Code im Gegenscheid-Shop eingeben. Meta-8 ist komplett kostenlos, wenn ihr mich mit jedem Kauf unterstützen möchtet. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.